Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 22. August 2021. Ein mysteriöser Fisch, über den schon jahrelang Gerüchte umgingen, wurde auf Istanbul entdeckt. Seine Entdeckung ist der besonderen Anstrengung des GERI-Forschungsteams zu verdanken. Der wissenschaftliche Name des Fischs lautet Timmy Perplexus. Anscheinend blickt er ständig überrascht rein, wobei sich niemand diesen Zustand so richtig erklären kann. Perri, der Entdecker des Fischs, sagte, er hat ein dermassen überraschtes Gesicht gemacht, dass ich mich selbst auch total erschreckt habe. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Juhu, seht ihr auch so? Das ist nicht ernst gemeint, oder? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pure Lila. Der 22. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Boah.